Versuch. Letzter Part, ging voll in die Hose. Alles weggebrochen, alles weggerockt, aber nicht aufgenommen. Den Kommentar. Nur Videomaterial, vielleicht schneide ich mal drinnen, mal gucken. Ach, ehrlich, seht ihr hier. 1451 Punkte. Wir machen weiter. Let's go. Boom. So, weiter geht's. Jetzt wird hier aber komplett alles aufgenommen. Das kann nicht wahr sein. Den schönen ersten Platz. Mit Mr. Shy Guy und seinem Sause-Schuh. Na ja, geht los hier. Ja. 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 Mein Gott. Sie durch. Ja, natürlich. Ach nein, ich verkackte hier. Ach ja. Er kriegt da nie ein Fahrzeichen. Entschuldigung. 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 Mal immer noch. Lassen Sie mich durch! Ziemterplatz, naja. Ist ja fast der gleiche. Wie der erste. So. Autobahnraserei. Straße. Na toll. Riecht hier ein super Edelstart hingelegt. Ach man. 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 Oh! Was, was das ist, ist das eine Sache man, Jungen? Das ist doch einfach. Das ist doch schön. Ein Lichtlein am Ende des Tunnels funkelt. Wario Stadium. 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 Mann, das ist ja hier. Das ist ja anstrengend. Starry-Panzer. Dritter. Ah, das war anstrengend. Junge, 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 junge. Ah, Judah Einstein und die Wario-Sendium in den dritten Platz. Der dritte Platz. Antonio ist erst der Johann. Der geht nicht. Ah, das ist ja fertig. Ah, das hört an. Ah, natürlich. Jetzt schnappt er mir das Fahrzeug und da gibt es den Dönz weg. Das war ja fast unnötig. Auch nö, ich knall natürlich dagegen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ach du Scheiße, wirklich im Mittelstädt. Nein, 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 nein. Nichts bekommen. Ey. So Endes. Hilft doch nur. Schade, schade, schade. Leider, leider verloren. Ehe eine Glücksrunde machen wir noch. So, auf ein Letztes. In Straßenbahn Mario Sunshine Kurs Strecke. So. Die Gäume, die mischtet, fällt immer gerne von hinten auf. Die sind runtergefallen. Was ist denn hier los? Hallo? Oh. 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 Welche Piranha-Pflanze? Ey, was fragt denn eigentlich diese Forsten? Brüftle ist aus, der Vulkan! Was gibt's da ja gar nicht. Was soll denn das? Warum? Nein, ich hab zu früh genommen den Stern. Aber da ist ja noch eine Runde. Ich dachte, das ist schon die letzte. Nein, 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 nein! Wow, das war der Zeit. 5. Ah, bleibt kein 5. Na ja. Besser als 6er. In diesem Sinne. Tschüss. Nä. coastal. When we stop, Okay, click.